Schatz, also erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Resident Evil 4, das Remake auf der PS5. Mein Name ist Michael und natürlich spielen wir weiter, wo wir aufgehört haben. Und ich versuche jetzt nochmal an diesen, ja, ich glaube nicht, dass es noch funktioniert, aber ich schaue mal, an diesen Schatz noch nochmal dran zu kommen. Weil es muss ja irgendwie, es muss ja irgendwie funktionieren, ich weiß nicht, aber ich kann ja nicht mehr runterfahren, ne. Da ist das Problem, das wird wahrscheinlich, das wird irgendwo da unten sein. Und ich komme da leider nicht mehr runter, so wie es aussieht. Ne, ich glaube nicht, ich glaube nicht, weil, ne, schade, aber es ist garantiert da unten, da, aber was soll ich machen? Äh, ja, also eine Etage tiefer ist das, ist das nur, das ist da irgendwo, oder? Ja, ja, da, da ist eine Truhe und da ist noch sowas Grünes, ein Kraut und da komme ich nicht mehr dran. Schade, egal, so ist das. Gehen wir weiter. Oha. 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 ok herstellen ja auch blinden munition ist immer gut sehr schön so hiermit übergebe ich dir das mädchen wie versprochen berichte unserem herrn von der ergebenheit seines treuen dieners ramon der gibt mir auch den keks der kleine zwiegarten zwerg solch dummheit mr kennedy lord settler ließ ihnen seine gnade zu sie sind ja weg mit dem zwerg oh nein oh nein erlauben sie mir ihnen die macht zu treiben die welt werden wir da die macht die dort ist ah ja es wird sie sind in einem drehbuch nicht mehr als eine nebenfigur werden sie also nicht selbstgefährlich sie haben ihren großen auftritt lass mich aus deinem beschissenen drehbuch raus und 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 du Lustlos, die Vorstellung hat gerade erst begonnen. Haben sie geradeausbekehrt gegen mich? Sie sind einfach nicht so, sie ist lustiges kleines Menschlein. Sing sie vor! Der Flut ist gerçek, verflucht seid du! Verflucht! Verflucht! Passt auf, was hier sagt, man! Was soll man denn bei euch denn? Na ehrlich? Autsch 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 Da noch mal so ein Kraut nehmen, ja Äh? Oh lol, Alter! Soll ich verarschen? Joooooo Oh! Mistvieh! Hässliches Mistvieh, Alter! Wie episch! Hä? 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 Hm Hm Habe ich jetzt alles eingesammelt hier? Hier ist nix mehr, sind hier wohl noch Da auch nicht Oh, hier ist noch was Kiber-Munition Hm Hm Jojo, tschüss ne Hastige Ding Hä? Ashley Ich darf keine Zeit verlieren Ich habe eine Die 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 Krauser, krauren sie mit dir hin. Hmm. 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 Haben wir hier alles? Ja. Scheiß wohl so. Wir haben sogar noch einen kleinen Schlüssel. Ah. Und das Ding haben wir auch noch. Wir müssen irgendwas vergessen haben, weil sonst werden wir schon längst weg. Genau so mit dem kleinen Schlüssel. Hmm. Okay. Ja. Wir können noch was herstellen. Wir warten jetzt erstmal. Ah. Und fahren jetzt mit dem Buchhut. Mist. Ah. Suchst du was? Ah. Suchst du was? Die Ada. Ja. Kapitel beendet. Okay. Kapitel beendet. Okay. Du siehst aus, als hättest du was zu sagen. Ich habe eine Frage. Aber wirst du sie auch beantworten? Raccoon City. Dieser Vorfall, er hat alles verändert. Man rettet ein und hundert andere Sterben. Ich habe mich verändert. Du? Leon Scott Kennedy? Du hast dich nicht verändert. Das bildest du dir bloß ein. Ja, das weiß man nicht so genauer. Ob die sich verändert hat, ist komisch. Was denkst du? Wir sind da. Denk nicht zu viel nach, Hübscher. Wir sehen uns. Tja. Oh, die wieder einfach ab. Ja. Immer noch das Gleiche. Oh. Hm. Kapitel 13. Hm. Hm. Ich muss vorsichtig sein. Keine Lust in ein Wespennest zu stechen. Hm. Ashley. Da bist du. Hm. Hm. Scheinwerfer. Die mache ich besser einen Bogen. Besser ist. Schnell jetzt. Da. Huh? Verschrieben von den griechischen Gottlosen finden wir uns Exilvida. Verdorrt ist das Gras, karg der Wald, ein Leben in Sühne, die Insel unserer Fegefeuer. Doch besagt nicht, Brüder und Schwestern, unsere Zeit wird kommen. Hester Settler. Hm. das ding kann man ja gar nicht kann man das steuern jetzt kann ich da gleich durch okay aber erst mal zum händler schau mal was der schönes hat siehst du ich kann nicht mehr benutzen und die das ding auch nicht mehr ja ich muss dann irgendwas übersehen haben was das stelle mit noch auf hätte eröffnen können naja aber den schlüssel noch louis louis schlüssel ein schlüssel den leon von louis erhielt ja was neues reingekommen das könnte dich interessiert willkommen ich habe was neues für dich in einem top zustand das versichere ich machen und gemacht und geschossen hat das wenn man geile sieht die schon aus ein koffer erweiterten schwere granaten da mag nun geschossen rezeptur muss erst mal sie mal 1000 so gut wie neu was kann man verkaufen was soll ja die schlüssel unter dingen es macht keinen unterschied aber wir entscheiden was es uns wert ist danke lust ein bisschen gerümpel aufzulesen fremder wer es findet darf es behalten mein ein kaum jederzeit wieder Moher Ah. das zuckt noch aber es ist tot der feiner auch tot auch tot diese scheibe erschießen ja 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 Hmm. Oh, my God. Wo ist denn noch einer? 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 Genau, den verstellen, dann hier runter. Dann kann ich jetzt den verstellen und dann komme ich da oben an ein Tor dran. So. 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 Und da ist es. So. 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 Ach, scheiße. 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 Oha. Ein Luchs. Ein Goldluchs. Können da reinballern. Ah. Ist er 41.000 wert. Oha. Was ist, wenn ich noch ein gelbener reinballern. Und den roten. 45.000. Nee, dann nehme ich wieder den lilanen. Und einen blauen. Naja. Wahrscheinlich auch noch den roten da rein. Wow, das macht schon was aus. Puh. Dann nehme ich einen gelben. Das ist wenigstens bei 41.000. Hat dann immer noch zwei gelbe. Hm. Ja, das lassen wir. Ja. 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 Das ist doch nur. Ah lo. Was? So leute 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 das war es mit dieser folge ja ich habe euch gefallen dann schaut doch gerne mal auf twitch vorbei xx michaelbo xx folgt mir dort wenn ihr von mir keine lives mehr verpassen wollt das wäre super toll oder genauso wie auf auf youtube das heißt ich gaming michaelbo auch dort würde mich freuen wenn ihr meine videos kommentiert bleibt und auch gerne aber da lassen würdet es würde mich super freuen und ja somit wünsche ich euch einen schönen tag bis zum nächsten bis zur nächsten folge bis denn euer michael